hallo mit einer kleinen kurzen ansprache an die nation ja staatstragend passend zu der zeit ich muss mal eine kurze pause machen weil momentan echt im büro extrem viel zu tun ist und ja ich komme einfach nicht dazu irgendwie jetzt hier vor zu selbst ist vor produzieren ist momentan relativ schwierig und deswegen aber gesagt bevor ich jetzt irgendwie blödsinn auf die schnelle raus haue und nicht ganz bei der sache bin weil ich jetzt lieber mal die woche hier ab und das bedeutet dass es dann am montag kommenden montag ganz normal weitergeht ja das wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz mitteilen und wie gesagt also jetzt morgen ne quatsch ist jetzt die aufnahme für morgen das bedeutet also heute kommt keine folge morgen kommt keine folge samstag und sonntag ist auch mal kurz hier finnisch auf dem kanal und dann starten wir ganz normal am montag wieder mit foundation ja doch von ich sage ja ich bin momentan echt da macht es keinen sinn sich abends irgendwie hinzusetzen und zu spielen weil du mit dem kopf einfach durch bist und das das will ich euch auf dauer jetzt hier nicht antun na deswegen jetzt mal ein poßchen ich gönn mir mal ein bisschen so was wie youtube-urlaub verlängertes wochenende quasi und dann sehen wir uns am montag in aller frische wieder ja das war jetzt das wort zum sonntag richtig zum donnerstag und ja da kommen wir aber wenigstens auch dazu eure kommentare auf youtube auf dem channel mal zu beantworten ist ja auch was da ist ja auch was also geht das bis montag ich freue mich trotzdem auf euch ich hoffe ihr seid dann noch da und ansonsten habt ein paar gute tage und wie gesagt wir sehen uns bis dann tschüss bis dann 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 bis dann